Karten. Alle weg. Jetzt nehmen wir nur noch Sinnvoll rein. Das dreimal auf jeden Fall. Das ist sinnvoll. Der ist sinnvoll. Der ist sinnvoll. Der ist sinnvoll. Der ist sinnvoll. Super Elixier. Sekunde. Zweimal Super Elixier, zweimal Gesundheit Elixier. Das ist sinnvoll. Hä? Den habe ich dreimal, den habe ich jetzt zweimal. Kristallflug, das ist sinnvoll. So, zack. Und hoff. Ach so. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, da wo wir sind. Da waren wir eben gerade schon mal. Schade, dass wir hier nicht mehr so viele Kristalle sammeln können. Wie schon einmal gesagt, Manny Decks gerne freikaufen. Ey! Der Geist ist ungefähr, der fliegt Wege, die wir gar nicht gehen können. Wie viele sind das? Jetzt gar nicht gesehen. Motoröl, weil davon wurde uns ja schon erzählt. Okay. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Schön, vorsichtig. Uff, geschafft. Ups. 230 haben wir jetzt. Ich hoffe, wir kommen nochmal zu Manny Decks. Damit können wir wenigstens noch einmal Karten kaufen. Da hinten ist noch einer. Okay, das ist noch mehr. Verdammt. Oh, verdammt. Da ist nochmal Manny Decks. Ja, wir können noch eine Karte kaufen. Ah, wenn ich zu weit gehe, dann kommen wir nicht mehr zurück. Die teuerste am besten. Davon gibt es zwei. Dann würde ich die einmal kaufen. So. Hoffentlich schaffen wir es noch alle zu kaufen. Was? Was? Ähm, wenn ich jetzt da lang dir... Da ist noch eine Geschichte! Und nochmal eine Fischvase. Da hinten geht es noch weiter. Oh, und hier ist noch eine Fischvase. Vielleicht können wir doch noch ein paar mehr kaufen. Eine illustrierte Seite aus einem alten und verbotenen Märchenbuch. Ja, sehr gut. Äh, eh weiter. Gleich einmal lesen. Hallo. Dann mal los. Dann mal los. In einer Krieg, die Queen fracturte die Welt in sechs isolierten Fragments. Eine für jede Seite von ihr wirkliches Dice. Und es gab eine neue Regel. Every child, upon reaching the age of 12, würde sie Dice rollen, um zu sehen, in welchen district sie verabschieden. Wie gemein! Wir finden die anderen Seiten, ich bin mir sicher. Wir müssen die anderen Seiten einfach finden. Ähm. Ich setze dich auf. Oh nein. Aua. Yeah! Er kann sie kaputt schießen. Ich hätte gedacht, dass das nochmal unser Freund wird. Nice. Schön. Sehr schön. Er macht genau, was wir wollen. Und der letzte. Perfekt. Jetzt können wir alle töten. Er hat seine Kameraden quasi damit beerdigt. Ach, ist das schön, wenn ein Plan so toll aufgeht. Ähm. Einmal bitte. Okay. Das. Ach nee, das können wir direkt benutzen. Sehr gut. Das können wir uns speichern. Das können wir uns speichern. Die sind, glaube ich, Quatsch. Dafür will ich was anderes reinmachen. Aber ist doch gut, solange wir noch testen können. Und er schießt auch auf seine Kollegen. Der Typ ist praktischer, als ich bisher dachte. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann können wir uns das nehmen, das speichern und den zusätzlich nehmen. Und los. Schönes Ding. Und los. Schönes Ding. Und zwei. Zwei. Das ist perfekt. Dann können wir nämlich das hier benutzen. Den hier speichern. Und zack. Und tot. Und unser helfender Kollege ist als letzter gestorben. Weil er uns so ein feiner Freund war. Ach toll. Huh? Volles Platz. Perfekt. Komm. Eine sechs. Besser hätte es nicht laufen können. So. Das können wir uns auch noch nehmen. Wo sind die Großen? Es gibt keine Großen. Oh. Es gibt doch einen Großen. Ich habe mich ge... Aua. Jetzt locken wir alle nach hier drüben. Wundervoll. Was? Aber ich stand doch drauf. Na, vielleicht nicht ganz. So ein Mist. Okay. Jetzt aber. Es ist weg. Mist. Eine Fünf gewürfelt. Naja, immerhin. Damit kann ich leben. Und dann können wir das hier noch benutzen. Das hier speichern. Und... Alle um ihn herum vergiften. Vergiften. Aber nur 100 Münzen finde ich ein bisschen traurig. Jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt gibt es nicht mehr so viel für die Dinge, die wir haben. Oh. Für die Dinge, die wir machen, wollte ich sagen. Okay. Oh, Moment. Nochmal zurück. Hier oben war noch was. Nicht da, aber vielleicht... An... Hier war doch noch was. Ach, das wäre, wenn wir in die andere Richtung gelaufen wären, richtig. Ich will da hin. Und dahin zurück kommen wir nicht. Von da drüben wären wir gekommen. Ach, da. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich weiß wohin. Oh, ich weiß es nicht. Doch, hier. Oder nicht? Doch.